Offensichtlich ein paar Journalisten Neigung hatten, einen Stein ins Wasser zu werfen. Ich bin froh darüber, dass Macias Platschek wieder an Bord ist, sich wohlfühlt, seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Damit stellt sich keine Nachfolgefrage und was mich selbst angeht, so hat sich an meiner Haltung nie etwas geändert, dann auch wenn andere eine Diskussion erfinden, mein Platz ist in der Bundespolitik, das wird bis zum 22. September so sein und danach auch. Sie sind auch optimistisch, dass der Ministerpräsident hier vollständig auf die Beine gehen.